Ja, das beliebteste Thema ist es nicht. Aber wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Da wollen wir doch sicher gehen, dass wir gesund bleiben. Und leider passiert mehr, als man denkt. Ich habe Sie bemerkt und mich in der Eile voll längs hingelegt. Und mir dabei irgendwie blöd das Knie verdreht. Einen weiteren Unfall sollten wir unbedingt vermeiden. Nur wie? Das erfahren Sie, wenn Sie sich am Arbeitsplatz unserer drei Freunde genauer umsehen. Okay, Stress, Hektik und Zeitdruck führen zu den merkwürdigsten Entscheidungen. Wenn der Kollege also nicht bald vom Handy aufschaut, hat er ein Problem. Wackelige Angelegenheit. So geht es natürlich nicht. So, jetzt erstmal ordentlich in Kalk rein. Super, noch genug Wasser drin. Was klemmt denn da jetzt so? Gewöhnen wir uns unsichere Handlungen an, sinkt die Hemmschwelle immer weiter. Also melden Sie etwaige Sicherheitsrisiken und bringen Sie gerne Ihre Verbesserungsvorschläge ein. Damit am Ende des Tages alle gesund nach Hause gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.